Nozular, eine spirituelle Heimat, heute mit der Botschaft von André Luiz. André Luiz' Geistwesen erzählt seine bewegende Geschichte und Erfahrung nach dem Tod. Das Leben hört nicht auf, es ist eine ewige Quelle. Der Tod ist nur eine Illusion. Der Fluss geht seinen Weg, bevor er ins weite Meer mündet und ebenso ergeht es der Seele. Sie geht auf verschiedenen Wegen, in vielen Etappen, auf denen sie um neue Kenntnisse bereichert wird. Die Seele wird in ihrem Ausdruck stärker und ihre Eigenschaften werden geläutet, bevor sie in das ewige Meer der Weisheit mündet. Mit dem Abstreifen der körperlichen Hülle werden keine Schicksals- und Seinsfragen beantwortet, auch werden wir nicht erleuchtet. O Wege der Seele, geheimnisvolle Wege des Herzens, es ist unabdingbar, diese Wege zu begehen, bevor man das ewige Leben findet. Auf dem langen Weg zur spirituellen Vervollkommung ist es unerlässlich, dass ihr euch den persönlichen Konflikten stellt und euch selbst in allen Einzelheiten kennenlernt. Denn es wäre leichtsinnig zu glauben, dass der Tod alle Fragen der Ewigkeit beantwortet. Eine Existenz ist ein Akt, ein Körper, ein Gewand, ein Jahrhundert, ein Tag, eine Tat, eine Erfahrung, ein Sieg, eine Ehrungenschaft, der Tod, ein Atem der Erneuerung. Wie viele Existenzen, wie viele Körper, wie viele Jahrhunderte, wie viele Taten, wie viele Siege brauchen wir noch? Und wie viele Male müssen wir noch sterben? Überall gibt es Religionsgelehrte, die über endgültige Urteile und unabänderliche Schicksale sprechen. Viele sind in den Doktrinen bewandert, wissen jedoch nichts über die Seele. Der Mensch muss sich sehr anstrengen, wenn er der Bildungsstätte des Christusevangeliums beitreten will. Der Eintritt dort erfolgt meistens auf merkwürdige Weise. Der Mensch ist allein, der Meister steht ihm bei, dem mühseligen Lehrgang zur Seite. Der Unterricht findet in unsichtbaren Klassen statt, in denen er lange wortlose Dissertationen vernimmt. Unsere Reise ist anstrengend und lang. Es ist unser bescheidener Versuch, euch eine kleine Vorstellung von dieser grundlegenden Wahrheit zu geben. Danke, Freunde! Wir bleiben anonym, so wie die brüderliche Nächstenliebe es verlangt. Das menschliche Dasein ist immer noch wie ein zerbrechliches Gefäß, das die ganze Wahrheit noch nicht fassen kann. Wir beschränken uns deshalb auf tiefere Erfahrungen und gemeinsame Werte. Wir möchten niemanden mit der Idee der Ewigkeit abschrecken, denn zuerst muss dieses Gefäß gefestigt sein. Wir widmen diese kurze Erzählung dem wissenshungrigen Geist, unsere Brüder und Schwestern, die sich auf dem Weg zur spirituellen Erfüllung befinden und die Reife haben, zu verstehen, dass der Wind nicht kontrollierbar ist und dort weht, wo er will. Freunde, möge dieses Papier meine Dankesworte wiedergeben, meine Sympathie und Dankbarkeit euch gegenüber ausdrücken, meine Zuneigung an Erkennung meine Liebe und Freude sei euch gewiss. Ich habe diese Gefühle für euch im Innersten meines Herzens aufgenommen. Gott beschütze euch. André Luiz, Geistwesen